und jojo was geht ab die let's play am start heute die dritte folge dieser survival games serie und da würde ich sagen wir quatschen nicht so lange und gehen direkt rein jetzt machen wir echt gut jetzt starten direkt mit der ersten Brunner heute wieder Solo ich kann jetzt nicht mehr so viel reden dritte vorbehalt und wie ich sehe ich versuche zu gewinnen und hoffentlich den Kürze zu kriegen okay ich starte jetzt geht's los kommt was gut ist in den Kissen bitte 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 ich habe immer noch nicht mein Lieblingskind ausgewählt ne ich bin nicht am Schnarchen er hat keine Waffe kann ich ihn direkt holen zwar auch nur eine Holzachse aber er hat keine Waffe okay ja hier geht mal essen bisschen Kuh ich habe übrigens in der letzten Folge erfahren die Tiere machen auch Schaden ich habe das Schwer also ich habe ich habe viel ist Rüstung er hat auch ein Eisenschwert okay ich bin tot ich bin tot keine Pfeile mehr oh Gott nein scheiße oh fuck man oh das war aber relativ knapp aber er hat das beste Rüstung ein besseres Schwerpunkt okay nächste Runde die auch gleich los geht warten müssen wir ein bisschen warten etwas warten ich würde mich bedanken nochmal für den Support über die anderen Videos danke 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 dafür dann werde ich natürlich auch neue Videos bringen wenn sie euch schon so gefallen also ich bin ein kleiner YouTuber aber es gefällt mir trotzdem aufzunehmen und auch dass es sich Leute anschauen finde ich auch cool ich bin natürlich auch weiter verfolgen ach man mir wird alles geklaut Boden, Brustplatte, alles aber ich habe immer noch nicht mein Lieblingskid ausgelöst ich möchte auch den Gladiator aber ich ich nehme ganze Zeit das Rariokid warte mal hier in der ich mache jetzt hier so eine Trapfalle wenn da einer reinkommt der wird direkt geschnitzelt oder ich gehe einfach in den Kampf rein oh der hat ein Technoblade Skin der Technoblade ich kenne ist ein englischer YouTuber komm King Juggler komm ich hole dich gib mir deine Rüstung danke die hat aber nicht meinen Bogen geklaut ich hatte nur mal einen Bogen so gut holler Rüstung oder hat gar nicht, hat gar nichts oh, OneHit oh, hat ein Dias Schwert gehabt, nice auch eine verzauberte Kettenbrustplatte die nehme ich mir mal hat ein Dias Schwert also das war auch mal ein heftiger Auftritt die hat mich fast, die hat mich fast gekillt also wirklich ey was soll das denn hier hinterhalt komm ich hinterhalte dich ich habe dich jetzt gleich gehinterhaltet jetzt fast tot iron die alte die eine da die alte? wie komme ich auf die alte? fuck komm schon gib mir deine Eisenhose oh jetzt bin ich steckengeblieben dann geh ich auf die andere oh Gott mein Auge ey ey die lootet da grad nein da gibt es nichts zu looten ey schnell 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 die ja schon früh eisenrüstung habe ich noch gefährlicher kommt gibt es mir da kann ich mit sprinten oder was ihr wollt habt mir bloß der rollo junge alter so heftig ist erklärt habe ich noch gar nicht so weit wie ich mich an da ist einer der auch heftig aber in feier falsch angenommen ich habe ein besseres schwert nice oh mein was so häftige rüstung hatte ich noch nie also halb diamond das ist der letzte moin ich komme mit meiner rüstung man hier schwert an ihr muss runter springen die kommt die guckte ohne hilfe ich war jetzt auf dich habe kein schwert nein ich habe kein schwert was dann nichts gesehen okay mal gucken f1 wir gucken was sie macht da sind wir inventar nicht f1 kam kameramodus kommt zeigt was du kannst ja und ist runter gesprungen ich gehe mit f1 verfolgungsjagd die rüben die rüben die rüben die rüben 2 damit die kenne bei die so nicht so es leicht zu muss hartes jetzt einfach so ein geiles Steak reinhauen mit so richtig zahres Steak oder Tiramisu Tiramisu mit Kakao jetzt richtig cool ich mache ich bestimmt Hunger oh je Gott ich bin schon gewusstet hier Rüstung hier kommt ein hier kommt der Bogen ich könnte mir die verzauberten Buß von ihr holen oh Gott jetzt bin ich ding aus Versehen das ist ja ein süßes Eis ich schlug meinen Typen neben dir okay er will die Wut sich ach so ich hab sie schon Opsala oh Gott spring hoch äh wo ist die denn hin auch hier das sneakt gerade ne ja es sneakt auch die blöde komm her und komm schon komm her komm her komm her komm her du Luftpumpe oh hier ist das gebratene Rindfleisch hier ist es mmm lecker nice mein Goldschwert ist vielleicht kaputt ich muss mir mal ein neues besorgen ich brauch eh ein besseres Goldschwert äh 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 das ist Schwert wenn ich das Holzschwert zwar ah wie Detektor manchmal fucke ich das einfach hier rein oh der hat ein gutes Schwert ähm oh der hat mich schon gesehen der Typ nein der hat ein besseres Schwert ja der holt mich fuck weil er ein bisschen Schwert hat der kleine verbrannte Typ alter was hat er ja für ein Skin Junge einfach bei Dubai zu lange vor der Sonne gesessen alter ey man ey ich muss mich zusammenreißen weil ich bin wieder auf 180 weil er mich so zerstört hat oh mein Gott ey die Arschgeige mann als ob heute ein besseres Schwert ey ich hätte ihn so ich hätte ihn so geholt ey ich hätte ihn so geholt ey ich hätte ihn so geholt ey ich hätte so ein Diaschwert immer so ein Diaschwert wie jetzt neunenteck der Mensch dann hätte ich ihn auf jeden Fall geholt ich hab mein Kind immer noch nicht geändert weil ich hab ein Diaschwert neunenteck der Mensch ich kenne jetzt hier den Gang ab ja sie schlägt mich nicht mit dem Schwert schnell looten schnell looten schnell looten ja ich hab ja noch nicht geblieben ah nein nein werfen sie nicht weg der hatte gute Rüstung der Typ aber er hat sie nicht angezogen der hat volle Rüstung gehabt der hat sogar ein Goldheim habe ich gar nicht gesehen Junge, ich habe drei Kills schon gemacht, dann sind die anderen Typen. Ja, mit einem neuen Detektivenschwert ist es auch eigentlich sehr leicht. Ja, der hat mich gesehen, brauchst gar nicht so zu... Digger, was war... was hat er denn gemacht? Jungen, war er Jesus? Oder was, Alter? Da hat er kurz den Flying-Hack heruntergeladen, aber ich habe ihn trotzdem gesniped. Was ein Opfer. Er hackt, Alter, aber dann zück ich den Bogen, Junge, dann kannst du nichts machen. Junge, einfach Jesus. Bruder, er fliegt einfach so weg, wie so ein Engel, Alter, what the fuck? Oh, ne. Oh, fuck. Komm her. Bolo, hitschü. Okay. Okay. Okay, komm her. Komm her. Ich tue nix. Ich tue nix. Ich tue nix. Oh, der Tierbrust. Huh. Huh. Huh, huh, huh. Schwitzen, schwitzen. Hacker, äh, hacken, hacken, hacken. Spaß, ich hack nicht. Oh, jawoll. Schnell. Hol sie die, hol sie die, hol sie die. Oh, ne. Falsch. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Jawoll. Oh, Gott. Zick. Bist du auch Jesus? Auch wieder Flying Hack, oder was? Ich muss eigentlich mal was essen. Oh, Gott. Oh, er hat mich mit seinem Bogen geschlagen. Jawoll. Genau. Seinen Helm, Minion. Wann ich gebrauchen. Sind hier irgendwo noch gute Schuhe? Eisenschuhe vielleicht? Leider nicht. Da hinten ist auch schon der vorletzten. Ah, da hinten sind die letzten beiden. Jawoll. Komm schon. Ja. Ein Hit noch. Oder zwei. Jetzt noch ein. Nein, ich hab daneben gezielt. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Der geht auf mich. Ich gehe durchs. Hä? Wo ist der Tunnel hin? Der war da hinten. Meine Nase juckt. Komm her. Komm her. Nein. Sterbe, sterbe, sterbe. Sterbe, sterbe, sterbe. Gott, ich muss was essen. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Ich hab 29 Kekse alt. Ich bin richtig frisch eingekauft. Scheiße. Die gehen beide auf mich, die Säcke. Ich muss regenerieren. Nein. Ein Pfeil. Komm her. Ich hab's wieder nicht getroffen. Gib mal das Pfeil. Die Pfeile, ja. Danke, danke. Danke. Nehmen die mich alle mit. Danke. Noch ein Pfeil. Komm, der ist richtig slow. Hier auf ihn. Der ist richtig slow. Kann ich nicht abschlauben. Nein. Als ob ich so verliere. Als ob. Als ob ich so verloren habe. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Die Blöde. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Als ob ich so verliere. So unverdient, ne. So eine alte Kuh. Alter Schwede, das ist so unverdient. Das gibt's nicht. Ich, 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 ich kann, ich muss nicht. Ne, ich kann, ne. Das gibt's doch nicht, Mann, ey. Dieser Arschgeige, Mann. Ey, weil ich, Junge, weil ich zu süchtig war und noch einen Keks reinschieben wollte. Mann. Fuck, ey. Oh, scheiße. Und ich weiß nicht, welche Runde es ist. Ich sag einfach die letzte Runde jetzt, Alter. Ich hab mich bestimmt wieder verzählt. Ey, scheiße, Mann. Oh, fuck. Fuck. Oh, Gott. Ich geh los. Ist doch kacke, Alter. Das ist doch so scheiße, Mann. Ey. Ich war einfach zu süchtig. Ich wollte noch einen Keks fressen, Alter. Und dann, wenn ich es zu fett gewesen habe, bin ich hochgekommen. Ey, scheiße, ey. Dann bin ich nicht über diesen Holz, Holzweg drüber gekommen, Alter. Weil ich zu fett war. Komm doch her jetzt. Ja. Alter. Ich bin da Goldaxt. Willst du mich verarschen? Holy shit. Ey. Aber die macht mir gar keinen Schaden, lol. Hat die die sonst noch Essen? Einen hohen Wurftrank der Heilung. Hat sie gar nicht benutzt. Ich mach mich jetzt auf Gegnersuche. Mit meinem Goldschwert, Alter. Oh, da hinten ist einer. Komm schon die letzte Runde vielleicht nochmal gewinnen. Ich dachte, ich hab so safe gewonnen, ne? Ich hätte mich weiter in die Ecke stellen müssen. Und mich vollracken müssen, ey. Das war so scheiße. Gespielt von mir. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was? Das hat mir gar keine Herzen gebracht. Jetzt bist du dran, mein Guder. Mit deinem Schwert. Danke. Oh Gott. Ich bin tot. Ich glaub, ich bin tot. Gnade, Gnade. Nein. Da bleib ich in der heutigen Treppe hängen. Scheiße. Scheiße. Hallo. Hallo? Ich hab Back to Lobby gedrückt. Danke. Äh, so. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schon einen Spaß. Danke nochmal für diesen coolen Support bei den anderen Folgen. Ich glaub, ich hab's schon gesagt. Aber ich wollte mich schon mal bedanken. Ähm. Bewertet gern das Video. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Teilt das Video gern mit euren Freunden. Und ähm. Schreibt Tipps oder was Nettes in die Kommentare. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge. Tschüss.